Justus Dorsl, 19 Jahre, komme aus Bonn und studiere Maschinenbau im dritten Semester. Jean-Niko, bin 20 Jahre alt, studiere Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Bauwesen und komme aus Aachen. Bei ACE, einem Startup-Verein aus Aachen, der für Gründungsinteressierte und Gründer die erste Anlaufstelle in Aachen ist. Außerdem haben wir einen Podcast, Wickeltisch, wo Startups von ihrer Idee erzählen und berichten. Am 28.11. veranstalten wir Miete-Startups im DigiHub. Es kommen Startups aus Aachen, Holland, Belgien und Köln. Es wird spannende Vorträge geben und wir haben eine Aftershow-Party. Also kommt vorbei und erhaltet exklusive Einblicke in die Startup-Szene.